Ja, herzlich willkommen bei St.Gladenfeld Games. Ich bin's, euer Fluri. Und heute zocken wir Dishornets, äh, Maske des Zorns. Ich bin gerade mitten dabei in der Action. Ist echt hammer schwer, ey. Ich hoffe, ich speichere nochmal ab, weil ich glaube, ich verrenge gleich. Also wir haben jetzt einen schon auf den Arsch aufgerissen. Uncut, deutsche Fassung, natürlich, Spritze viel Blut. Kleiner Spoiler für Assassin's Creed 3, ich hab's durchgezockt. Ein schönes Spiel, keine Frage. Aber das Ende ist sowas von, von schlecht. Also, ähm, ich würd's, ich fand's sehr, sehr enttäuschend. Muss ich jetzt da oben... Ah, ich muss hier diesen Wichser noch ausschalten, Alter. Ist ja richtig scheiße. Ach, komm schon, du Wichser. Den müssen wir erst ausschalten. Ist das scheiße, ey. Also, den müssen wir jetzt ausschalten. Ich hoffe, ich krieg das jetzt hin, ohne Scheiße zu bauen. Piss dich, Alter, Junge. Gut, haben wir hingekriegt. Was schön ist, wenn du den betäubt hast, den gehst du hin, klausst ihn erst mal was. Und dann kriegst du original, original Joghurt in der Fresse. So, diesen Knecht nehmen wir jetzt mal. Oh, hier, Blutspritz, Alter, das ist so geil. Ich könnte schon wieder original abkeuligen. So, und damit sonst keiner, keiner werkt, das wir hin, geschnappelt haben, äh, lernt erst mal fliegen. So. Gut, alles klar. Jetzt speichern wir die Scheiße noch mal ab. So, das geht mir wieder gut. Ich speichern wir hier unten mal. Also, wie gesagt, das ist ein reines, äh, Spiel, Spielen speichern, weil das echt so geil ist. Ich hab's schon auf normale Stufe. Und ihr werdet bei dem Spiel richtig gefordert. Also, es ist kein, kein 0815 Game. Ist hier das Geld wert. Ja, momentan kommen ja nur kastraten Spiele raus, die es nicht wert sind, zu viel zu werden. Ne? Und, naja. Ist halt so, muss man mit leben, ne? So, wie kann ich jetzt, oh. Endlich Magie. Angenehm, so. Jetzt haben wir, müssen wir leider nochmal speichern. Speichern wir jetzt da oben wieder ab. Also, wie gesagt, Grafik ist auch voll geil. Ich hoffe, es kommt auch rüber. Nachher, ich versuche natürlich alle Videos in, ähm, Full HD zu machen. Ich hab's auch kapiert, wieso immer dieser, dieser minderwertige Fehler kam. Es lag definitiv an der gefickten Scheiße, ist das geil. Ach, Scheiß auf Lichtschaltkreis, Mann. Den nehmen wir jetzt weg und wir das mal ordentlich entsorgt. Ist mir jetzt schon wieder. Kann ja wohl nicht sein, Alter. So, den haben wir jetzt, glaube ich, müsste ich jetzt, ne, doch nicht. Also haben wir das entsorgt. Ich muss wieder scheißen gleich. Und ich glaube, wir haben's jetzt so gut wie, wie geschafft. So, jetzt haben wir auch wieder, also wir haben noch einmal, äh, Brot, das ist Power halt. Ich glaube, Pfeile hab ich nicht mehr so viel, muss ich vielleicht mal von, von diesem Bastard-Penner nochmal einkaufen. So, jetzt speichern wir nochmal ab. Ihr müsst, wie gesagt, speichern, laden, speichern, laden. Äh, speichern, laden, sag ich schon. Äh, speichern mal beim Zocken, weil's echt, echt anstrengend ist. öähr, äh, äh, ach ja, und, und liebe Grüße an UbiPiepsoft, dass ihr das Spiel dassindescrit so geil verhurt habt. Ihr seid ja auch nur, nur fickerig auf Kohle. Mehr seid ihr ja gar nicht mehr. Das ist sehr traurig, dass ihr ein Spiel so verhunzt habt. Ist schon, schon, schon echt traurig, ey, dass ihr nur so geldgeile Hurenböcke geworden seid. ja wie gesagt holt euch das Hornet ich glaube es gibt es auch eine Platin oder eine Limited Edition und ich habe jetzt es nicht genau im Kopf aber irgendein ein Stricher Arschwecker hoch 10 hat ein Kombi gemacht unter meinem Gameplay Video PC Jagd Simulator und ich weiß nicht irgendwie kein so dummes Kommentar die ganze Zeit du bist nur ein abgefuckter Huren so mehr bist du nicht wert ich glaube du bist ein kleiner um der Striche der bei Mami noch wohnt und sich an irgendeinen billigen Pornos im Internet einwichst aber es ist halt so ihr seid alles minderwertige Schwuchteln mehr seid ihr nicht wert in meinen Augen so das wollte ich gerne nochmal nochmal erwähnt haben mehr seid ihr nicht nicht wert in meinen Augen gut okay jetzt müssen wir mal gucken wie wir da jetzt am besten hochkommen ohne dass sie uns sehen die haben sie jetzt schon gesehen diese kleinen Stricher jetzt muss ich mal ah alles klar wie gesagt ihr müsst Fähigkeiten aufpumpen ich habe hier Zeit ich kann mich in Tiere reinhacken glaube ich schon obwohl Zeit verlangsamt habe ich auch schon noch aber wartet mal kurz ich glaube ich müsste da noch was kaufen können Artefakte Relikte warte mal Kräfte ja jetzt machen wir wie viel habe ich denn jetzt noch drei Runen ach scheißen Kleister habe ich euch vergessen zu angegeben könnt noch mit diesen Herzen Runen suchen und darum ist auch schon ein Artefakt total total verkackt wo ist denn das Ding jetzt ah ist das minderwertig du Idiot ah ist das scheiße man voll verpeilt Alter richtig verpeilt komm ich jetzt da weiter hoch ärgerlich aber richtig ärgerlich das ist ja mal richtig ärgerlich du mal richtig ärgerlich so ich glaube da müssen wir uns rüber transferieren mal wieder auf Bückkurs 20 wie komme ich da jetzt in dieses Drecksloch rein Runen 54 Meter wie komme ich da jetzt rein warte mal kurz das ist jetzt echt ärgerlich ne damit wir irgendwie reinkommen das ist ja Striche Alter abbrechen oh das ist ja jetzt ärgerlich da habe ich jetzt auch richtig scheiße gebaut ey mhm ärgerlich da wie komme ich denn da jetzt wieder hoch ey ich muss unbedingt diese Rune haben ja bleib mal easy da oh ich sagte runter du dummer Wichser ey verballe ich mal die ganze Session hier oder was brauche ich noch diese Scheiße wie komme ich da in diese verwichste Rune jetzt so rein ey ohne dass diese Striche an mich sehen kann ich hier nicht irgendwie durchkacken die muss da lang also okay ich muss diese Rune haben da komme ich an diese verwichste Hurenruhe da ran ey ja scheiß auf diese Rune jetzt wir müssen wir müssen kämpfen so ich muss da wieder jetzt runter andere Chance haben wir nicht die Rune hat halt Pech ich muss jetzt hier ein bisschen Action machen so wie gesagt ähm das Spiel ist gar nicht mal so verkehrt wir speichern nochmal kurz ab aber ich glaube ich werde gleich eh einen Arschtritt kriegen also ich wollte euch gerne nochmal zeigen ihm richtig schön sauber das Blut durch die Tapeten rotzt aber wie gesagt das ist kein kein klassischer äh äh Ego-Shooter-Hau-Drauf-Game das ist auch schon was wo du mal deine deine Verlusten-Gerzelle anstrengen musst das ist echt echt geil gemacht das Spiel ne keine Frage richtig geil da kommen die Gegner ne 51 sein Maul alter komm ich jetzt da hoch so das Haus von ihm muss die Lockputieren abbrechen das ist echt geil gemacht das Game, also muss man wirklich so viele geile müsst halt nur aufpassen Bastard, Alter jetzt geht's ab, jetzt kommt richtig Kung Fu Master 20.000, komm da her was ja, ich hab's euch gesagt also das war jetzt original scheiße aber ich bin vorher noch, vorher hab ich ihn noch gefickt diesen Bastard, vorher, seht ihr noch? vorher hab ich ihn in den Arsch gefickt, vorher hab ich ihn dann ständig das Schwert komplett durch die Fresse gerammt automatische Speichern, Alter vorher, vorher, siehst du aber, vorher hab ich ihn so richtig schön original gefickt, Alter ja, vorher hat er gekostet, Alter, war richtig, Alter ähm, müsst ihr ruhig mal zugeben hab denn vorher noch komplett das Schwert durch die Fresse so, also müssen wir anders lang so, das ist schon echt geil, das Spiel ist echt cool, jetzt machen wir auch diese Scheiße auch hier, komm, anpirschen und so ein Piss, das kommt bei mir nicht mehr jetzt nehmen wir das Schwert und rein, nicht so und kastrieren und, und Kopf abpacken und ich hab nur noch Granaten äh, blöd weil so, jetzt ist es jetzt wissen wir, wie man ranz anpirschen muss so jetzt wissen wir es ja jetzt wissen wir es ja, so das ist gar nicht mal so ein leichter Spiel ich gebe es ja offen zu so jetzt müssen wir es aber anders das müssen wir es ein bisschen geiler machen das haben wir nicht richtig gepirscht so das müssen wir nämlich hier runter in diesem ist es jetzt speichern wir nochmal kurz ab mit einem neuen Spielstand nämlich unter den und dann wollen wir mal ein bisschen ein bisschen hier pam bam nehmen irgendwo dann muss ich noch so richtig geile Scheiße am Start haben wartet mal kurz nein, das ist das Schwert das will ich nicht das haben wir Herz bla 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 Tiere kontrollieren Tiere kontrollieren Zeit anhalten sprengen die ja gut, machen wir erstmal mit mit unserem Bölkchen weiter eine gute alte alte Treten da werfen du kostest erstmal Wichser wie schleichen wir es dran ohne jemanden Verdacht also jetzt abgesperrt haben wir schon jetzt müssen wir ein bisschen ein bisschen denken ich weiß es ist nicht gerade unser unser Ding da rum zu denken aber leider kann ich das nicht anders sonst werde ich gebazelt Geil okay, das war ein bisschen der hat gekostet der Kurt immer so geil drauf und macht so eine Action Session aber das mache ich am liebsten wenn der man nicht gezogen hat der hat richtig gezogen alter, der hat richtig gezogen das war ein richtig geiles Session alter ich weiß nicht, hier oben ist der Eingang und der blöde Ochse geht da runter und, und haben wir das mal entfahren lassen ah wie nahe mein Teil hier so doof kann eigentlich nur nur ich sein so was ist jetzt schon wieder los ach ja, wie gesagt ab und zu speichern wir nochmal ab unter anderem Spielstand ich hoffe ich check's jetzt und kastriere nicht wieder soll ich ihn jetzt töten oder soll ich ihn empführen ich weiß muss ihn nochmal gucken so so ich bin aber ich bin ich bin ich bin ich bin ich bin Vielen Dank. So, jetzt haben wir den Bastard. So. Also Mission ist jetzt erfüllt. Muss wie soll ich jetzt gehen? Das ist das Problem. Kann ich mich überhaupt mit dem Penner beamen? Oh, das kann ich. Das geht. Alles klar. Oh. Oh. Gut, dann musste ich jetzt ein bisschen effizienter durchgreifen. 0,29 runter, Alter. Scheißendreh. Gut, runter. Ich glaube, ich grippier jetzt nicht. Ich werde so kurz fumpsen. Toll, wie soll ich denn hier lang gehen, Alter? Oh, ist das scheiße. Samuel, toll, wie soll ich denn da hinkommen zu denen? Das ist doch scheiße, Alter. Wie soll ich denn da jetzt hinkommen zu diesem Vogel? Oh, ist das richtig scheiße. Mal kurz einmal abspeichern, letztes Mal. So, das haben wir abgespeichert. Gut. Gut. So, jetzt. Jetzt wollen wir richtig kosten. Jetzt kommen alle die Neger. So, jetzt geht's richtig ab. Jetzt wird's richtig geil, Alter. Jetzt kommt die Rache für alles, was ihr Rackschwein mir angetan habt. So. So, jetzt geht's ab. Kommt her, ihr Köter. Ihr wollt doch alle kämpfen. Ihr kriegt alle richtig Kämpfe, Alter. Komm schnell! Willst du hin, hä? Komm her. Wolltest du kämpfen? Komm schnell! Was? Das kann ich auch, Arschloch. Komm schon, stell auf, du Köter. Stell auf, komm! Voll dir in die Fresse. Weg gehen mit der Fresse, du Bastard. Los, komm schon her. Komm schon her, Mann. Komm schon, ich will doch kämpfen. Hilf mir, Alter. Hilf dir, Alter. Komm, komm. Du sollst kämpfen, Mann. Du sollst kämpfen, Scherr. Du sollst kämpfen, hab ich gesagt. Rein damit in die Fresse. So ist der nächste von euch Hunden. So. Wo seid ihr Hunden? Wo seid ihr? Nein, ich will kämpfen. Ich will euch den Kopf abhacken. Wo seid ihr, Köter? Wo seid ihr? Ich dachte, ihr habt so großes Maul gehabt, hä? Wo seid ihr? Ratten, ich scheiß auf die Ratten. Ich will euch töten. Wo seid ihr? Komm schon, ihr habt so ein großes Maul gehabt. Ich warte, komm schon. Steh auf, Alter. Es wird gekämpft, die Hunde. Wo seid ihr? Ich werde euch so alle ficken, Alter. Los, ihr habt so ein großes Fresse. Hä? Wo seid ihr? Hä? Wo seid ihr denn, ihr Hunde? Wo seid ihr? Hä? Großes Maul und seid ihr nicht hier, oder wat? Wo seid ihr, Hunde? Hä? Ich muss nochmal hoch, Alter. Ich kann so nicht gehen. Ich muss alle, ich muss alle schlachten. Wenn ich sie nicht alle schlachten kann, dann bin ich nicht, nicht endgeil. Das geht nicht. So, hoch da mit dir. So, erstmal schlachten wir nochmal runter. Jetzt haben wir nämlich die Missionen erledigt. Jetzt können wir sie alle in, in Ruhe penetrieren. So. Hoch. Hoch mit dir. Sie sagt doch, hoch mit dir. So. So. So, ich muss erstmal töten hier. So. Nochmal. Geht's nochmal höher hier? Ne? Jetzt ist kein Schwanz da, oder was? Na, endlich hat er. Ich hoffe, jetzt freck dich sowieso. Aber das ist total endgeil scheißegal. Dann müssen wir jetzt nämlich runter. Noch da. So. Komm. Komm ich nie mehr nicht. Schon. Was? Du willst kämpfen? Feige Sau. Sollst mit mir kämpfen, Mann. Schwertkampf. Komm. Ja, jetzt hört's geil. Jetzt hört's richtig geil. 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 Den Kopf abgeschossen. Den Kopf abgeschossen. Hehehe. Marke, Mann. Komm schon. rein da mit. Ich bin so geil. Es wird richtig geschlachtet. Komm schon, ihr Köter. Was ist denn für ein Arsch? Mann, fick dich. Sei ruhig. Die Ratten, wie sie ihn zerfressen. rein da in die Fresse. Oh, Bastard, Alter. So, soll mal gucken, was die alle gehabt haben für mich. Haben die gar nichts gehabt, Alter? Pistole? Pistole? Ah, ein Schuss, Alter, du Wege, Alter. Ist das lahm, Alter, ey. Ist doch richtig scheiße, Alter. Ich will noch mehr töten, Alter. Langsam. Hier, schau, Penner. Zum Mäuchenwunde, dann machen wir was. So. Ja, ich beende jetzt mal. Also, wir haben's ja jetzt. Ihr habt's jetzt gesehen, dass wir's gezockt haben. Zum Haul, Mann. Komm mal her. Hau, hau, hast du Schiss? Halt zum Haul, du Penner, Alter. Soll's kämpfen. Mich will ne Brissi da rumtackeln. So. Sperr hier, dann kann man was an die Fresse rammen. Mal hier ein Herz suchen. Die alte müssen wir noch retten. Ja, dann retten wir noch mal diese alte, gamlige Schlampe. Und dann, glaube ich, haben wir genug getan für, für, für einen Tag. Also, das machen wir noch mal kurz hier. Also, das ist, wie gesagt, ein echt geiles Game. Komm mit dir, Alter. Wir haben doch jetzt Ehren jetzt noch. Alter. Hä, jetzt sind ich verkackt Eiern, Alter? Ich hab doch alles platt gemacht. Da kann doch gar nichts mehr sein. Komm, ich rette dich. Helfen wir sie? Eigentlich wollte ich mein Herz erst mal haben. Gerüttel halten. Rein damit, du Schlampe. Yeah. Schön die Kehle. Oh, oh, oh. Da hat Blutpritz, Junge. Oh, oh. Da. Oh, oh, oh. Da hat richtig Blut gespritzt. Rein deine Kehle. Oh, oh, oh. Oh, je, wie das Blut noch spritzt. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Junge. Komm reinhauen. Oh, 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 oh. Komm. Dich brutzeln wir noch mal, du blöde Kuh. Oh, 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 oh. Geil, wa? Oh, 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 oh. Guck mal, da werfen wir nicht mal durch. Hier. Oh, oh, oh. Koste. Werfen. RT. RT, RT. RTs werfen. Okay. Oh, 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 oh. Gut. Ich baile dir das Gameplay-Video. Oh, oh, oh. Euer Flori. Ist der Egealt. Ist der Egeenfall. Ist der Egeent. Ist der Egeent. Ist der Egealt. Egeent Games. Bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns. Ich baile dir das Gameplay. temos Vorschlüge. Ja. Die Egeent Games. Alles unterscheiden farmer. Weiss. Ich baile dir das Gameplay-Ra-Li-Ch disappointing Wir sehen uns. Die behöverStein Universe. Wir sehen uns. 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 Ci sind ja, um22 zuриben blown. Vielen Dank. Vielen Dank.